recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind folge nummer sechs von astro niya ja wir sind hier bei diesen interessanten pflanzen die vielleicht böse sind vielleicht auch nicht ich weiß nicht vielleicht ist auch noch eine biomasse die abbauen können und wir waren ja jetzt soweit dass wir hier noch auf der suche sind nach neuen rohstoffen und da unten sind neue rohstoffe wie wir gerade sehen ja dann machen wir doch da gleich nach dem intro weiter und sammeln mal ein bisschen harz noch dabei weg das ist ja ganz nah dann okay würde ich sagen bis gleich so dann laufen wir da mal hin den neuen ständer einmacher muss auch wieder einer hin und dann können wir hier abbauen da haben wir dann erst mal was erstmal harz holen da ist ja ordentlich auch unter der oberfläche gut dann haben wir erst mal reichlich ne bisschen geht noch dran an die maschine selber ich glaube das war es dann ja der fällt schon runter dann gucken wir mal dass wir hier rauskommen zur station laufen und die waren erstmal weg bringen und hier ist gemisch okay glück gehabt da geht es derbe runter weiß nicht ob man das überlebt oder nicht ich will es nicht ausprobieren gut das heißt wir lagern hier weg und ich meine erstmal wie immer hier oben drauf das kann ich als kaffee das mitgenommen oder das irgendwo aufgesammelt gehabt ich weiß auch nicht dann haben wir das erstmal dann geht es erstmal wieder zurück das gibt noch mal kauf was das ist biomasse wo war das jetzt mit dem grafit das muss hier vorne gewesen sein ja genau hier ist es okay aber jeder muss noch was sein da ist auch noch was ja ich hätte mal an der dingens auch das abmachen sollen hier ist aber nichts mehr da ist was da ist relativ tief unter der oberfläche das zeug da unten gibt es noch mehr ich glaube wir gehen wieder weg und ja wir müssen mal gerade gucken dass wir wieder an der sauerstofflinie kommen da da müssen wir für die aufpassen dass wir das nicht falsch machen so jetzt haben wir nicht ganz viel aufgesammelt von dem zeug ne aber naja ist jetzt auch nicht schlimm kann man denn jetzt hier erstmal müssen wir das entladen wieder kimmisch weg kriege ich das jetzt von dem ding so ab oder wie ist das kriege ich das denn jetzt ab hier ich hätte das gerne abgemacht aber wie so geht's und die bio sache kriege ich nie ab oder was weiß ich auch nicht so kein antrieb oder kann ich nichts machen ja dann bleibt das jetzt so dran da kann ich auch nicht erinnern gut das haben wir was können wir denn überhaupt hier noch bauen ne gucken wir doch erstmal hier rein oder der kleine drucker der kann verteiler haben aber kein kupfer für die mittelgroße plattform haben wir mittelgroßes lager roversitz kleiner kanister haben wir arbeitslicht haben wir mittelgroßer drucker der steht links neben uns sauerstoff machen kann man auch nicht machen dann gehen wir zu dem mittelgroßen drucker mal und gucken was der kann der kann großen drucker da brauche ich dreimal gemisch für habe ich jetzt nicht so viel aber den haben wir noch nicht ne dann muss ich das am rucksack anbauen forschungsstation harz und gemisch ich glaube ich mache die forschungsstation da kommt ein booster wahrscheinlich weiter oder exo auftrags plattform große plattform großer drucker okay das bedeutet ich brauche einmal harz und zweimal gemisch die kriege hier ich weiß nicht ganz nicht genommen ich glaube nicht ne so das bedeutet ich muss hier noch mal dran einmal umknicken und dann kann ich den bauen ne dann brauche ich jetzt unsere forschungskammer okay ist das gleiche ding was ich da letztens oben irgendwo oder am berg gesehen habe oder am wald oder wo das war ich weiß nicht vielleicht nicht so doller so wir brauchen auf jeden fall lager ne hier sind ja die kleinen drucker die konnten noch lager drucken ne mittelgroßer drucker stoffverlängerung verteiler mittelgroße plattform mittelgroße lager harz da brauchen wir harz okay das heißt wir müssen harz aus dem ding daneben haben wir ja auch hier dran ne aus dem regal nehme ich nicht ich nehme es jetzt hier weg einmal ist er sogar noch dran ich glaube dann kriege ich zwei regallager hin ne okay das hat gut geklappt den da so wegzunehmen ist das jetzt fertig nee wir haben den strom geklaut hat er mir gut geklappt zum glück macht er jetzt weiter okay der macht's lager und ich brauche noch ein zweites das mal um anderen drucker der macht auch ein lager gut jetzt ist der da bestimmt als erstes fertig oder gucken wir mal ah nee der große ist fertig was hat man da jetzt gebastelt ach so eine kiste ja und jetzt ist diese forschungskapsel irgendwo hinzustellen machen wir die jetzt hier hin oder so wie das immer so ist braucht das ding auch strom den kann man nicht anschließen oder was muss ich die da irgendwo drauf basteln ja und was ist das für ein anschluss hier ich weiß nicht was ich da machen kann aber man muss hier muss man gar nicht gucken wir uns doch erstmal an drücke taste um fort schon zu starten ich weiß mir hat wahrscheinlich nichts gemacht jetzt kann ich das wahrscheinlich forschen das kennt das jetzt was macht er da ach er sammelt hier irgendwie die punkte daraus einschätze ich mal ok 42 beizt 41 beizt ich hoffe ich mache nichts verkehrt ja ja der forschte noch jetzt gehen wir mal hier hin bauen den hier hin wo soll man den hinstellen hier wäre schon nicht verkehrt ne so und jetzt können wir das da dran erschrauben noch vier stück einer geht noch voll so er hat hier schon wieder eine aufgabe sehe ich gerade sollten wir mal reingucken umrüsten wissenschaft druck und verwende forschungskammer habe ich schon gemacht in sperrer drucke und bevor sie ein boost ach so das haben wir schon schmelzende schmelzende heißt nimm einen byte erhalte 2000 mehr bytes ok mache ich hier irgendwie was ja glaube da ist jetzt was runter gefallen was ist das ein leuchtfeuer zwei stück an der zahl ich weiß nicht wofür man die braucht sind die wichtig also der vorstand noch ne das ist schon mal gut glaube und hier mal noch so ein regal gebaut wir sollten das vielleicht auch bauen so dass da dranne das da dranne den nehmen wir auch da dranne oder sollten wir das mitnehmen ne ich glaube da ist ja noch einer den ne mit gut dann haben wir das erledigt die sind immer noch am forschen ja sehr schön und da können wir wahrscheinlich nach dem harz auch noch was anderes reinpacken und dann haben wir das schon mal gut hinten gekriegt jetzt ist nur die frage wie komme ich an das ding da dran also das regal steht eigentlich doof hier ne da steht es vielleicht besser wie erledige ich jetzt meine aufgabe hier entsperre, drucke und befestige den boostmodus am gelinde werkzeug jetzt muss ich gucken das war mit dem R kann ich das hier irgendwie machen verbindung sauerstoffmacher ne so jetzt müssen wir ein tiefer gehen kleiner kanister leuchtfeuer arbeitslicht leuchtstäbe flutlicht nochmal wieder ein tiefer kleiner generator energiezellen kleine solarmodul ok windturbine kleine batterie boostmodus da ist er ah wir suchen zink alles braucht zink oro anpassung stufe 1 braucht keramik zink und keramik ist unser nächstes ziel ok dann wissen wir das aber das ganze mit dem keramik und dem zink da kümmern wir uns in einer anderen folge drum ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch und wenn ihr gerne weitere videos hören wollt dann macht euch die glocke an gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao 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 Vielen Dank.